Wow, da steigen sie ja gleich geradeaus. Die Kämpfer. Die Kämpfer, grüße euch. Mehr Frauen wie Männer. Hallo, hallo, servus, du auch dabei, super. Ist ja eh ordentlich zugefroren, oder, der Teich? Ja, wieviel Gewicht hast du denn? Ja, selber. Kulturenaustausch haben wir heute. Ach, die wird aufgegangen. Warte bitte. Ups. Jetzt kann man sie. Okay, wir kommen hier. Gibt es eine Frage? Ja, wir sind ja. Ja, wir sind ja. Das ist gut, ich habe meine Hunde. Gibt es? 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 Da ist ja ein Englisch. Gibt es? Gibt es? Gibt es nicht? Gibt es nicht? Gibt es nicht? Ja, die richtige Acker aus. Guten Morgen! Das ist wohl das Originalste. Das taugt mir. Das taugt mir. Das ist wohl das Geilste. Das taugt mir. Das taugt mir. Das taugt mir. Da werden die Steck gleich wegfedern. Da hast du schon ein paar Mal die Bäume getroffen. Ich? Nein. Wieso schießt ihr das erste Mal heute? Ich kann das. Dass sie nicht trifft. Vielleicht muss ich nicht mehr wegfallen gehen. Oder? Profi da. Andi da. Alles da. Ja. Da muss ich mehr zur Abwirkung. Das ist normal. Aber das ist ja so. Da wäre es mir ruhig. Da wäre es mir ruhig. Das wird was werden. Das taugt mir. Das taugt mir. Immer da. Fangen. Na gut. Na gut. Jetzt kommen wir mal wieder raus. Links, rechts, schaut! Oh, 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 oh! Hier ist der Aufer! Hallo, hallo! Hier ist der Aufer! Hier ist der Aufer! Wo ist sie? Die Mutter aller Zeitung! Mutter oder nein, Mutter oder nichts? Privatzeitung! Jetzt lassen wir den Stock raus! Schau, ich las den Stock nehmen aus! Ja, jetzt geht's schon dahin raus! Die erste Dame probiert schon! Aber du wieder hinhabst, Bruno! Ja, ja, ich muss ja irgendwo hinhaben, dass ich nicht draufhabe! Ja, wenn ich nur da sehe, kann ich auch nichts dafür! Aber das ist ja keine alten Kamera, oder? Du kennst sie, oder? Servus! Ja, grüß dich! Ich hab dich vermisst auf der Eisbahnherst! Ja, echt! Ich vermisse sie! Ich weiß nicht, ob sie jetzt mal eine Diskussion gehabt haben, oder was, oder wie? Immer! Immer! Ich hab doch gesagt, nein, sie möchte ein bisschen daheim bleiben und so, oder? Ja, das ist auch mal ganz schön, bei dich mit ihm zusammen zu sein, was anders machen. Immer Ruhe für dich! Ja, genau! Stimmt eh! Es gibt ja im Haushalt auch immer was zu tun! Aber natürlich, ja! 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 Ja!